So, hallo, wir machen weiter. Bei Things, letztes Mal haben wir dieses Level hier angefangen. Das ist der, nachdem wir den roten Schalter gedrückt haben, ist das, wenn man bei, ich glaube Ascensions heißt das Level, wenn man da den Secret Exit nimmt, kann man da jetzt über rote Blöcke hinter dem Ziel noch weiterlaufen und landet dann hier. Und das ist ein Level, wo man die ganze Zeit den Spin, den, den, die, die, den normalen Sprung und den Dreh, den Drehsprung wechseln kann. Und das versuchen wir gerade. Boah, das ist, das ist wieder interessant zu koordinieren, aber ich muss mich einfach nur wieder reingeben, ja. Ich muss mich nur einfach wieder reindenken. Das hat bei dem anderen Raum auch schon ziemlich lange gedauert, bis wir das hatten. Aber das wird ja auch hier funktionieren, das wird auch hier funktionieren. Ich muss nur verstehen, wie es geht. Okay, und da der normalen, okay, verstanden. Da der normaler Sprung. Ach, scheiße. Nein. Nein. Nein, oh. Ich komme nicht rechtzeitig vom Dings weg. Ach, jetzt habe ich zu bald. Ja, genau so. Und dann muss ich da irgendwie drauf landen. Gott, ey. Gar nicht so leicht. Alles auf einmal zu koordinieren. Nein. Das hat nicht funktioniert. Ey. Ich kriege es nicht hin, zwischen dem einen Spin Jump und dem, der gelben Shell zu wechseln. Ich muss doch nur noch mal den Sprung, den Knopf drücken, da. Ja, genau so. Das war, das war genau, was wir wollten. Und dann von da unten halt den Sprungknopf wieder. Okay. Ist halt wieder Übungssache. Wir kriegen das hin. Mit einer ganz guter Dinge. Ups. Ich wüsste halt gern, wie es dann weitergeht. Dass man da schon mal überlegen kann, was man tun muss. Hier weiß ich jetzt ja, was ich tun muss. Ich kriege es nur noch nicht hin. Das ist ein entscheidender Unterschied. Ja. Okay. Gut. Ein Schritt weiter. Wir haben schon mal den Sprung von unten nach oben geschafft. Ja. Das war schon wieder ganz in Ordnung. Das war nicht in Ordnung. Nein. Das war auch nicht in Ordnung. Nein. Ja. Das war noch nicht optimal, aber es war besser als davor. Ja. Nein. 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 Ach Gott. Ich denke, hier kann ich mal einen State setzen zum Weiterprobieren. Um zu gucken, was kommt. Weil allzu viel Schwung bin ich jetzt nicht hierher gekommen. Ich denke, das lässt sich rekonstruieren. Das kann ich hier so hinspringen. Das sollte funktionieren. Okay. Und hier kann ich auch... Also hier habe ich jetzt keine Hektik. Es kommt keine Stachel runter. Ich muss nicht sofort weiter. Gott sei Dank. So. Gut. Dann gucken wir mal, was ich tun muss. Ja, hier muss ich natürlich schnell weiter. Weil jetzt komme ich nicht mehr... Hier komme ich nicht mehr weg. Ja. Okay. Ah, nicht zu hoch. Okay. Okay. Und dann darum... Welche mache ich das denn? Ah, vielleicht so in etwa. Ja. Vielleicht. Okay. Na, Mann. Nein. Das ist nicht, was ich will. Das ist auch nicht, was ich will. Ja, das geht in die Richtung. Ja, das geht in die Richtung. Das nicht. Das auch nicht. Also, das gibt es doch nicht. Der ist echt schwierig zu kriegen, ne? Muss ich auf dem dann richtig landen, vielleicht? Kann ich das? Also, die müssen doch immer wieder kommen, oder? Oh. Okay, so viel dazu. Kann ich trotzdem schon mal sehen, was da drüben kommt? Wenn ich mal richtig abspringen würde. Ja. So viel dazu. Ja, aber wie komme ich... Wie kann ich denn... Wie kann... Ach so. Ich lande da unten normal. Dann mache ich mit einem... Ja, verstanden. Und dann... Okay. Mhm. Nee. Irgendwie noch nicht. Okay. Okay. Aber es wirkt, als ob ich hier landen müsste. Also, ich habe jetzt mal hier ein State gesetzt. Ich glaube, von hier aus müsste ich weiterkommen. Weil, schau mal, die Pflanze ist jetzt noch da. Ich denke, wenn ich da jetzt in Ruhe... Einmal versuche, rüberzuspringen. Ja, das funktioniert. Das sollte funktionieren. Okay. Doch, genau so. Und dann muss ich hier wechseln. Und dann hier und hier. Da ist das Goal. Okay. Da drüben ist das Goal. Okay. 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 So. Also, ich sehe, dass da eine gelbe Münze war. Ich will nur gucken. Hier ist eine gelbe Münze. Das heißt, den mache ich klein dadurch. Dann springe ich hier gegen. Dann fällt das Ding hier drauf. Dann lande ich auf dem. Ich verstehe nicht ganz. Ach, nee. Hier landet das Springboard. Nevermind. Aber das bleibt dann ja da drin. Das heißt, sobald ich das Springboard habe... Hä, aber dann könnte ich den auch trotzdem richtig kaputt machen. Oder bin ich jetzt blöd? Ach so. Ich darf nur einmal auf das Springboard springen. Das ist ein einmaliges Springboard. Das heißt, das Problem ist... Der Block, der Block geht... Ich muss warten, bis der Block wieder aktiv ist. Dass ich auf dem Block landen kann, wahrscheinlich... Das ergibt auch keinen Sinn. Weil warum ist dann hier eine blaue Münze? Hm. Hm. Okay, aber so grob... Haben wir jetzt schon mal anders angeschaut, was los ist. Jetzt muss ich mal gucken. Ach, das fällt hier drauf. Das ist schlecht. Das fällt also wirklich da drauf. Und dann schmeiße ich es da rein. Aber dann habe ich es nur... Okay, aber wahrscheinlich... Okay, wahrscheinlich komme ich dann schnell genug rüber. Ja, okay. Wahrscheinlich komme ich dann schnell genug rüber. Das ist jetzt übrigens ein Raum, den werde ich jetzt nicht ohne Safestates machen. Das ist mir ein bisschen... Zu viel auf einmal. Wird es sicherlich auch noch gehen. Wird es sicherlich auch noch gehen, aber... Ja, und dann darüber. Okay. Alles klar. Aber das ist doch... Ich sage mal, es gibt einige Fehlerquellen, die in dem anderen Raum nicht waren. Also... Der spielt sich nicht ganz so flawless. Ja, ich weiß es nicht. Ist jetzt... Ist jetzt einfach nicht so ganz... Mein Ding hier ohne Safestates durchzugehen. Ich habe das Level schon in dem anderen Raum genug gewürdigt. So. Na. Und wir haben hier gerade so einen schönen Safestate, der funktioniert. Den... Den lassen wir jetzt einfach. Aber ich setze keinen neuen mehr. Also... Ne? Nein! Gut. Ach komm. Aber das ist... Das ist auch sowas, ne? Dieses Springboard hier hinzusetzen. Das würde so oft einfach schief gehen. Ne. Das sind... Das sind so Sachen, das möchte ich nicht ohne Safestates machen. Das ist dann einfach nur nervig. Ups. Nein! Ne. Nicht so. Ah! Ne. Jetzt check ich's. Es ist doch... Deswegen ist da oben die... Ja. Deswegen ist da oben die zweite blaue Münze. Der Block muss trotzdem dann wieder aktiv sein. Und dann gehe ich über den Block auf die Shells. Jetzt habe ich's kapiert. Ja. Okay. Gecheckt. 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 Genau. Und dann geht's darüber. Okay. Nice. Dann haben wir's jetzt. Man wird es mit Sicherheit ohne State schaffen. Na, so ist nicht. Aber... Nein! Ach komm, das wär's doch gewesen. Aber passt schon. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, was das Level angeht. So. Ich wu... Irgendwas musste noch kommen. Ich wusste es. Ich wusste, man darf nicht warten. Es ist ja schon erstaunlich, dass man dazwischendrin warten musste. Dass man hier warten durfte. So, das ist ja schon erstaunlich genug, ne? Dass ich da einen State setzen konnte. Sehr ungewöhnlich. Sonst verhindert er es ja meistens. Das war sowieso der einzige Grund, warum ich das machen konnte. Gut. Ähm, ich hab da was vergessen. Okay. Nein! Ich hab wieder die falsche Tastik. Macht aber nix. Ne, das war echt ein cooles Level. Muss man sagen. Das war richtig nice. So. Gut. Sehr, sehr schön. Junge, 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 Junge. Ah, das war hier drüben das Fragezeichen. Das ist jetzt ausgelöst. Okay. Boah. Das war cool. Das war richtig, richtig cool. Okay. Gut. Das bedeutet jetzt, können wir wieder über die Wissel zu dem anderen Switch gehen. Okay. Und jetzt, den müssen wir ja auch noch drücken, weil sonst kommen wir beim Mond auch nicht weiter, ne? Genau. Also, let's go. Green. Mal gucken, ob ich da auch wieder irgendein Rätsel drücken muss. Ach, scheiße. Okay, was wir... Ah, ich... Okay. Das ist grün. Safe ist das jetzt, äh... Das Passwort von Luigi. Das haben wir schon. Das haben wir schon. Ja, den haben wir. Ja, ja. Den haben wir. Den haben wir. Gott sei Dank. 2069. Ähm. Ich geh mal hier rüber. So. Zwei. 0 6 9. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, den haben wir zum Glück, den Elbuns-Code. Sehr schön. Gut. Dann kann ich das jetzt auch endlich mal abhaken. Dann haben wir das jetzt nämlich auch geschafft. So, dann haben wir diese ganze Sekhut-Geschichte und so weiter haben wir hier jetzt abgeschlossen. So, und dann kann ich jetzt auch zurück in die... Ähm... Ach so, das bringt mich immer hier hin. Ups. Dann kann ich jetzt auch zurück in die Welt und den Mond weitermachen. Und gleich mal die nächsten Hinweise aufschreiben. Dass ich nicht irgendwann in einem Level bin, äh, wo man eigentlich den bräuchte. Und dann geht's nicht weiter. Weische? Das ist dann blöd. Go to judgment before proceeding to the next screen. Hä? Hatten wir judgment schon? Nee, ne? Wieso darf ich nicht? Ich gehe trotzdem in den nächsten Screen. Du kannst mich mal. Warum? Go to judgment before proceeding to the next screen. Ich mach das jetzt trotzdem. Du kannst mich nicht dran hindern. Was? Vielleicht gehen wir trotzdem erst ins andere. Also, da stand irgendein Hinweis. Vielleicht ist es wirklich so gedacht, dass man das nicht jetzt macht. Okay, wir gucken mal, wo judgment ist. Vielleicht finden wir ja judgment. Vielleicht finden wir ja judgment. Wir gucken mal, wir gucken mal ein bisschen rum. Was ist das hier oben? Okay. Okay. In Ordnung. Ist in Ordnung, Spiel. Du hast mich überzeugt. If you want to find me, you must first know your past. Oh, das ist die Abfrage, dass man die Switches hat. Ja, er hätte jetzt nicht so lang sein müssen. Greenroom, third wine. Ach so. Ach, ich bin blöd. Das ist jetzt so eine Art Schnitzeljagd, oder was? Jetzt geht's nämlich dann da drüben in dem Mondlevel weiter, oder wie? Also, die dritte, die dritte Dings. Greenroom, third wine. Come on! Ach, komm. Jetzt bin ich ungeduldig. Ah, hier steht's ja auch. Applies in two locations. Greenroom, third wine. Applies in two locations. Wait, what? Ich schreib mir das jetzt mal beides auf. Greenroom. Third wine. Two locations. Okay, ich hab's aufgeschrieben. Dann können wir jetzt hier weitergehen. Oh, jetzt geht's mit den Zweierschritten vorwärts. Levels with Moons. Boons mating. Nest time to shine. Boon. Virtual Sportsball. Grinders. Not Source. Double O. Boon. World of P. Descension. Ach so, aber die haben wir doch alle schon, oder? Okay, ich schreib mal auf. Levels mit Monden. Level mit Mond. Und BMN. BMN. BMNest, schreib ich mal. Timeshine. Sportsball. Da haben wir den, glaub ich, ziemlich sicher. Grinders, haben wir den, glaub ich, auch. Ach so, Grinders, Not Source, ja, da haben wir den, ziemlich sicher. Double O. Boon haben wir auch. Das war einer der ersten. World of P. Glaube ich auch. Descension auf jeden Fall. Okay, hab ich schon 34? Oh. Oh, das ist auch ein gemeiner Sprung. Oh, das ist ein richtig gemeiner Sprung. Das machen wir, das machen wir, als wenn wir 34 Monate haben. Haben wir schon 34? Ja, dann können wir weiter. Mist, ich wollte, ich wollte den Sprung umgehen. War wieder nix. Aber dann müssen wir den Sprung nur ein einziges Mal machen, weil ich hab's aufgeschrieben. Ich muss hier nie wieder durch. Oh. Aber es wäre jetzt ärgerlich gewesen, wenn ich nicht 34 Monate hätte und dann hier weiterkäme, ne? Ah. Okay. Oh, so präzise Sprünge sind gar nicht meins. Okay. Ich glaube, ich hab den Sprungpunkt gefunden, wie ich in die Mitte reinkomme. Und das ungefähr. Ja. Ja, okay. Okay. Ich springe immer ungefähr am Ende vom Busch, um es kurz anzudeuten, was ich meinte. Und dann muss ich halt natürlich genau gleich auf die Taste drücken, weil das ist natürlich noch mal klar, dass ich ja unterschiedlich hoch springe, wenn ich unterschiedlich drücke. Und das nächste schlimme wird ja dann der Absprung in der, nach dem, also der, der, der Absprung ist ja auch noch mal nervig dann. Ah. Schneller wäre wahrscheinlich einfach ein Wallchump. Einfach hier, zack, rüber. Nee. Das ist Quatsch. Ich weiß auch nicht, ob es geht, wenn man drinnen ist. Doch, es müsste eigentlich schon gehen, oder? Also kommt man hier mit Anlauf? Ich glaube, ja. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. Ich bin mir nicht sicher. Äh, ohne Anlauf wäre es ja dann. Kommt man hier ohne Anlauf raus, wollte ich vielleicht haben. Ich glaube, ja. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Das ist jetzt mal ein State. Ich will mal wissen, ob das geht. Knapp. Ja, okay. Gut. Passt. Abflug. Schreiben die jetzt alle Level auf, wo... Kommt jetzt nur noch solche, wo Level mit Mond ist? Na, komm, was soll's. Nintenday, Siruens. Tidepond Challenge. Tidepond Challenge. Yoshi Breeding Land. Aber ich meine, die Monte hat mir bisher gesehen, also die sozusagen, hey, die sind hier versteckt. Das ist jetzt auch nicht so, weiß ich nicht. Krumi Script kenne ich noch überhaupt nicht. Ich denke, ich sehe Level-Namen gespoilert. Ist aber auch okay. Meme Land 1, den haben wir. Pipestar kenne ich, glaube ich, noch nicht. Oder war das das mit den kleinen Röhren? Könnte auch das gewesen sein. Pit Level, da haben wir ihn, glaube ich. Das war das, das war die, das war das, äh, der, der Lava-Dings, ne? So, okay, und ab hier brauchen wir 36. Gut. So, Boons Mating Nest, genau. Jetzt harre ich die ab, die ich, die, jetzt harre ich die trotzdem ab. Dann weiß ich Bescheid. So. Haben wir. Pokeballs war nicht aufgeführt, haben wir auch keinen Mond gefunden. Double Oak Boon haben wir aufgeführt, haben wir den Mond gefunden. Abhaken. Zack, weg. So, in der Brücke haben wir keinen Mond gefunden, ist auch nicht genannt worden bisher. Das wurde genannt, äh, ne, hier drüben, das wurde genannt, haben wir auch gefunden. Virtual Sports Ball, zack, haben wir. So. Das da unten wurde nicht genannt, haben wir auch keinen gefunden. Dann, Jihaw wurde genannt, äh, wurde nicht genannt, haben wir auch keinen gefunden. So, Meme Land 1 wurde genannt. Haben wir. Gut, zack. Und da wurde keiner genannt, haben wir auch keinen gefunden. So, zurück. World of P haben wir. Ich will nur schauen, welche Level dann übrig sind, die jetzt noch nicht genannt worden sind, vor allem, dass ich auf die achte. Fast Man wurde nicht genannt. Sind, sind, ah, das war ein Nintendo, siehste, hätte ich schon gar nicht mehr gewusst. Haben wir. Yoshi Breeding Land haben wir auch. Die Sension haben wir auch. Tide Pond Challenge, siehste, das haben wir auch. Das hätte ich auch nicht mehr gewusst, dass das da oben war. Okay. War das dann vielleicht doch alle, die aus der, die aus der ersten Welt. Das hier war es, das ist not Dings, ne? Genau, die haben wir auch. Sehr gut. Sehr gut soweit. So, jetzt kann ich alles ablaufen. Okay, hier. In der Dimension war nicht ein einziger Mond. Das ist eigentlich auch krass. Far East Sky war kein Mond, wurde auch nicht genannt bisher. Bundes Jesus wurde auch nicht. Aha, genau, Pipes, da war das Level. Das war dann tatsächlich das mit den Röhren. Ergibt Sinn. Money Shot, Mulligan. Das war Kubi Script? Ja, lol. Uns werden hier neue Namen gespoilert. Haha. Okay, die haben wir alle schon. Wahrscheinlich gar nicht aufschreiben, brauchen die ganzen Quatsch. Pit Level, genau, den haben wir auch. Jetzt habe ich nur Time to Shine Boon noch nicht abgehakt, aber der kommt sicherlich auch irgendwo noch. Time to Shine Boon. Ist der hier einer gewesen vielleicht? Aber das heißt dann wahrscheinlich die nächsten Räume. Im Mond werden alle nur sagen, hey, hier und hier sind, also hier und hier sind Dings. Nee, Time to Shine habe ich noch nicht. Nee, Time to Shine habe ich noch nicht gefunden scheinbar. Oder habe ich jetzt irgendwas übersehen? Ja, okay, ist ja nicht weiter schlimm. Ach, das ist das gewesen. Ja, okay, alles klar. Dann haben wir alle, die gerade genannt worden sind, abgehakt, hätte ich kein einziges aufschreiben müssen. Sehr gut. Auch in Ordnung. Gut. So. Jetzt hieß es, äh, Third Wine. Achso, in der hier sind ja keine Wines. Was hat denn dann... Dann geht es hier wahrscheinlich erst weiter, wenn man irgendwas gemacht hat, weil das hier... Green Room. Was für ein grüner Raum. Also, weil das hier ist ja auch ein Green Room, aber da ist ja keine Wine. Na? Waren da hinten Wines? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, 6094. Nee, Quatsch. Wie war der... Wie war der Code? 2069. 2069. Waren hier Wines? Nee, hier war nichts. Also ist das nicht der Green Room? Das sind auch keine Wines. Check ich noch nicht. Okay. Green Room. Doch, ich hab ne Idee. Komm ich hier... Ich wollt grad sagen. Komm ich hier zu den anderen Leveln? Sehr gut. Lol. Für Meme Land gibt's einen extra Stern. Warum? Okay, ich will zu Rim of the Universe. Es gibt einen grünen Raum, an den ich gerade spontan denke. Und zwar hier drin. So, jetzt müssen wir wieder hier durch. Es hätte jetzt mich auch echt gewundert, wenn ich's auf Anhieb schaffe. Es hätte mich wirklich gewundert. Danke. Hier gibt's einen Green Room. Sind in diesem Green Room Wines? Ist jetzt die goldene Frage. Gibt es bei dir Wines? Oh shit. Das ist das Fluglevel gewesen. Und dann ist bei der dritten Wine ist irgendwas. Ja, dann müssen wir da wohl nochmal durch. Wir haben ja schon gesagt, es gibt den Secret Exit. Und ich wusste noch nicht so ganz, wo der sein soll. Oh ne, jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Okay, bisher kommt die Wine auch nicht. Oh scheiße. Okay, perfekt. Hauptsache ich komm hier nach oben. Wow. Oh, okay, das war ein bisschen zu weit. Scheiße. Okay, so sollte es passen. Hier ist auch noch keine Wine. Okay, sehr gut. Jetzt kommen Wines. Das ist die zweite. Scheiße. Das ist die zweite Wine. Das ist die dritte Wine. Da muss ich ran. Okay. Scheiße. Okay, rumdrehen. Und nach oben. Da wird man ja bekloppt. Okay. Rote Tür. Return. Nö, will ich nicht. Geh ja nicht umsonst hier rein. So, jetzt. Wir hatten mal was mit einer Red Door. Pass auf. Ich hatte mal bei einer Red Door stehen. Red Door in After Dark City. Be ready. Aber Dark City haben wir jetzt nicht. Das ist nicht Dark City. Hier ist halt dunkel, aber das ist nicht Dark City. Das hat nichts mehr. Das ist eine andere rote Tür. Okay. Wir können mal kurz gucken, was Return ist, aber ich denke, Return führt mich halt einfach zurück in den grünen Ruhm. Ja. Okay. Dann gucken wir, was uns hier erwartet. Okay, also ich kann grundsätzlich immer noch returnen. Warum? Das finde ich jetzt interessant, dass hier die Hand ist. Ich überlege gerade. Könnte man hier hinkommen, ohne die Hand bisher gesehen zu haben? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, man könnte hier hinkommen, ohne die Hand gesehen zu haben. Return. 40 Monde oder 45 Exits. Zum Glück haben wir 45 Exits. Return ist nach wie vor komplett zurück, ne? Okay. Rette ich jetzt hier gleich Mona? Vielleicht? Kommen wir da jetzt hin? Weil das ist doch jetzt im Prinzip, wir kommen doch über Judgment hierher, ne? Und der Hinweis im Mondlevel hat gesagt, es gibt's zweimal diese Sache mit dem Green Room. Also gibt's noch woanders einen grünen Raum, den ich jetzt vielleicht vergessen habe? Und das ist auch eine dritte Wine, dann irgendwas. Jetzt weiß ich aber nicht, wo es noch grüne Räume gab. Aber vielleicht ist das auch später erst relevant. Wir müssen uns auf jeden Fall merken, diese Sache mit dem dritten Wine in dem Raum, die kommt noch öfter vor. Oder war in dem Gift Level, war da vielleicht was? Ne, aber das wäre ja schon wieder Dissension. Das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal. Also nochmal kann ich mir nicht vorstellen, dass in Dissension was drin ist. Wo gab's denn noch grüne Räume? Mit Wines. Vielleicht, vielleicht kommt ein späteres Schloss nochmal, wo es so einen grünen Raum gibt. Kann ja sein. Ich werde jetzt nicht weiter drüber nachdenken. Ich werde jetzt nicht weiter drüber nachdenken. Ich finde den Hack gerade so geil, ne? Das sind richtig coole Ideen. Innerhalb eines Mario-Hacks noch so ein bisschen puzzelartiges Zeug einbauen. Point of no return. Dann count me in. Ich werde jetzt nicht weiter drüber nachdenken. Ich werde jetzt nicht weiter drüber nachdenken. Ich werde jetzt nicht weiter drüber nachdenken. So, you finally made it here, Naito Horizon. Or should I say Nishikawa Horizon? That's right, you heard me. You are no Naito to me. I am the true Naito Horizon. Wo kämpf jetzt gegen Boon. Aus Wipp. Now you can, now, oh, how can you be Naito Horizon when you haven't spread your arms and learned to fly. I, on the other hand, have mastered flight. I will be the one who is able to defeat Tanashin. Not you. You have fallen for my bait. I knew you would come if I kidnapped Mona. Now it's finally time. It's impossible to defeat me. I am immortal. Yet you came here anyways. You are as brave as a soldier be, Nishikawa. I'll give you that. Now prove to me you can fly like one. Yo, come it's some final boss, oder was? Yeah, let's go. Yo, what? Yo, what? Wie schlage ich? So schlage ich, okay. Okay, ich habe aber Stellen, an denen ich bewusst schlagen muss. Okay, mhm. Alter, gebt euch den Hintergrund. Das Lied wird mich sowas von weggeheaten. Scheiße. Mist. 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 Scheiße. Mist. 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 Nein! B! Da muss ich meine Finger umändern. Moment. So. Brauche ich die Geschwindigkeitstaste gerade nicht. Scheiße. Dann brauche ich die zwei Tasten hier. Ich brauche B und die Schlagtaste. Okay. Okay. Alter, das ist so eine geile Inszenierung einfach. Ah, scheiße. Ah, verstanden! Dann gehe ich über die Shell weiter hoch. Geil. Ah, shit. Scheiße. Kann ich da nicht einfach die ganze Zeit bedrücken? Oh, kann ich nicht. Okay. Ach, komm! Na! Jetzt bin ich gedanklich aus dem Anfang raus. Hallo! Hä? Hä? Was mache ich falsch? Ah, jetzt. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so gut gemacht, Mann. Das ist so geil. Oh. 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 Scheiße. Ach, Mann! Dass das immer so eng zum Fliegen ist. Scheiße. Ah! Scheiße. Äh, LOL! Nein, ich wollte noch mal hauen! Schreibt so bald. Ich frage mich, was für eine Musik hier beim Normalen läuft. Also wenn man nicht die... Das war dumm. Wenn man nicht die, äh... Weißt du schon? Die Musikversion spielt. Ach, Scheiße. Wir müssen, wenn wir mal durch sind, ne? Wenn wir mal komplett durch sind, müssen wir mal alles ablaufen. Und die Musik abchecken. Also hier kommt mir zum Glück recht schnell hin. Scheiße. 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 Hä? Wie habe ich das jetzt geschafft? Ah, Mann! Ah, Mann! Oh, Mann! Das ist so knapp immer mit dem Fliegen. Ach, Scheiße. Äh, lol! Das ist so knapp immer mit dem Fliegen. Nein, nicht dagegen hauen. B drücken, du Trottel. Das war's. Also mit dem Fluglevel zumindest. Foolish Nishikawa. You cannot win even in your hopes and dreams. Okay, Leute. Ich mache hier einen Cliffhanger. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Und tschüss. Vielen Dank.